Bis man in den Dolomiten oder so, ja, Dolomiten ist der italienische Teil der Alpen, der Wahnsinn, das ist das Geilste einfach überhaupt. Ja, da bin ich noch weit von entfernt, ich wollte es trotzdem mal teilen, für mich, ich weiß auch nicht, ob vielleicht einfach das Ausbalancieren ein Ding ist, was ich in meiner Erfahrung bisher noch nie in irgendeiner anderen Sportart so gemacht habe und deswegen ist es vielleicht extra schwer für mich ist, weil beispielsweise E-Foiling, kennst du ja, auf dem E-Foil, auf dem Surfbrett, was motorisiert ist. Das habe ich relativ schnell hinbekommen, das hat mir auch relativ schnell Spaß gemacht, da war der Lehrer überrascht tatsächlich, dass ich das so schnell hinbekommen habe, aber hier beim Skifahren, da war ich echt, da war echt schlecht, aber wer weiß, was ich tun würde, wenn ich das wirklich mal eine Woche, jeden Tag, den ganzen Tag mit einem Skilehrer machen würde. Nichtsdestotrotz, ich kann es verstehen, das Panorama ist unglaublich schön, vor allem, wenn man hier wohnt und wenn man das richtig gut kann und es war auch echt süß, weil ich war halt auch auf der Kinderpiste, weil ich ein Anfänger war, aber da sind dann die Kinder, die in ihren kleinen Skianzügen besser Kurven fahren als ich. Das war schon echt lustig. Ja, aber so ist es am Anfang, das wird sich schnell verbessern, du musst halt einfach dranbleiben, wie bei allem, ja, Repetition, Wiederholung und dann wirst du, gerade du, der sehr adaptierungsfähig ist, der sehr schnell Dinge aufgreift, jetzt hast du halt mal deinen ersten Tag gemacht und standst ein paar Stunden drauf, völlig normal, das wird bald besser werden und dann werden wir in den Schweizer Alpen wahrscheinlich, also mein Favoriten sind sicher Österreich, es haben viele Länder geile Skigebiete, aber ich halte mich am liebsten in den Schweizer Alpen auf. Kommentiert mal eure Erfahrungen mit dem Skifahren, Freunde, das würde mich mal interessieren für die Anfänger, was war so der Clou, wo ihr es verstanden habt, in die Kommentare.